Ja, hey, ich bin Toni Maria, ich komme aus Pfuhl, also von Ulm, mache meine Musik seit ungefähr circa einem Jahr, schreibe ich meine eigenen Songs, zum Beispiel Splinters of Glass, das ist ein reiner Pianosong, oder Butterflies ist ein Klavier, ähm, Quatsch, ein Gitarrensong. Ja, wie gesagt, ich bin Single Songwriterin und, ja, mein, ich werde vielleicht von Michelle Branch oder Carole King beeinflusst, ja, bin bis jetzt alleine mit, alleine unterwegs, vielleicht auch irgendwann bald mit der Band, bin gerade auf einer Suche und, ja, Auftritte hatte ich schon, also hauptsächlich hier in Ulm und Umgebung, habe aber auch schon in der Schweiz gespielt, auf einer Vernissage. Und ich bin auch hier in der Kunsthunde im Pfuhl bei Vernissagen oder auch jetzt hier zum Beispiel in der Kulturfachschule. Ähm, CD habe ich jetzt noch nicht, aber wird auch bald demnächst kommen, ich war jetzt auch schon im Studio, zweimal, also in den Sommerferien jetzt wieder. Und Facebook habe ich eine Seite unter www.facebook.de und dann unter Toni Maria oder www.reverbnation.com slash Toni Maria. www.reverbnation.com 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 www.reverbnation.com